Blind, Wiki. Das Ungesehene enthüllen. Obrechtbrücke, 10.999 Berlin, Deutschland. Hohe GPS-Genauigkeit. Nimm an diesem Ort auf. Hier gibt es eine Kreuzung, die ist total unübersichtlich. Ich wüsste gar nicht, wie ich hier rüberkomme. Hier gibt es weder Ampeln noch Bodenindikatoren. Und sie verläuft auch nicht direkt rechtwinklig zur Straße. Und eine Baustelle gibt es auch noch hier. Diktieren. Kreuzung, fehlende Bodenindikatoren. Fehlende Bodenindikatoren. Abschicken. Oranienburger Straße 72. Oh, ja, wir sind jetzt hier an der Tuchholzki-Straße, Ecke Oranienstraße. Und da ist eine Baustelle. Passt auf, wenn ihr da vorbeigeht, sonst tut ihr euch weh. Die Baustelle ist mit, warte, wo ist sie? Die Baustelle hier, hört ihr? Die ist mit Gitter umrahmt. Und wenn man da vorläuft, kann man sich richtig wehtun. Okay? Passt auf. Tschüss. Gefahr, Baustelle, Textfeld. Zum Bearbeiten doppeltippen. Abschicken. In dieser ganzen Gegend hier gibt es total viele Situationen, wo Fahrräder auf dem Weg stehen. Also zum Beispiel Fahrräder an der Laterne angebunden und das Rad steht auf dem Weg. Oder Fahrräder an der Hauswand. Und teilweise auf beiden Seiten dann, dass man eigentlich kaum vorbeikommt. Das ist ein Problem. Und zwar nicht nur in dieser Straße, sondern eigentlich die ganze Innenstadt hier. Vorsicht! Fahrrad! Lerwig! Abschicken! At Brandenburger Tour it's always full of tourists. Particularly tourists who like to make selfies. So be aware of people backing up backwards while they are trying to get the Brandenburger Tour in the background of their picture. Also to consider that maybe the American Embassy is constantly watching you. Vorsicht! Touristen! Selfies! Fehlende Bordsteinkante. P. Brass. Entfernung 127 Meter Linienstraße 113. Zuhören. Ecke Linienstraße Tucholsky Straße. Läuft man die Tucholsky Straße auf der linken Seite entlang Richtung Auguststraße, ist auf der gegenüberliegenden Seite eine fehlende Bordsteinkante. Also die Bordsteinkante näher an der Auguststraße ist abgeflacht. Fehlende Bordsteinkante. Auf Torstraße nach Südwesten Richtung Tucholsky Straße. Weg 91 Meter. Links abbiegen auf Tucholsky Straße. Weg 89 Meter. Rechts abbiegen auf Linienstraße. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Weg 6 Meter. 1 Kommentar. Danke für den Hinweis, sehr hilfreich. Auguststraße 8. Sind wir hier in einer interessanten Seitenstraße, ich weiß noch nicht was hier auf mich wartet. Seitenstraße, Neugier. Abschicken. Cottbusser Dampf 14. Und neben den Ampeln gibt es taktile Pflasterung auf dem Boden, aber die Ampel selber gibt kein akustisches Signal. Also es ist gefährlich hier rüber zu gehen alleine. Taktile Pflasterung, Ampel. Abschicken. Friedrichstraße 147 bis 148. Friedrichstraße, Trainstation, you have to be aware when you cross the street, there is a tram line and you have like three different green lights or red lights to observe. It could be that the first one is red and then the tram part is green and the next one is red. And if you don't see all of them, you might actually run on a red light when you cross the street. Ampeln, Kreuzung, Bahnhöfe. Auguststraße 75. Hier gibt es ein Café mit Tischen und Stühlen auf der Straße, auf dem Gehweg. Und die Hälfte des Gehwegs ist eigentlich blockiert. Und an der Ecke gibt es auch noch Fahrräder zusätzlich. Das heißt, wenn man durchkommen will, hat man seine Schwierigkeiten hier. Vorsicht, Kaffeetische. Abschicken. Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti- und Roma-Europas. Simpsonsweg, 10557 Berlin. Denkmal, Umgebungsgeräusche, Vögel, Violine. Berlin-Viennale 2016. Ich denke, er wird nicht gerade an, dass es nicht mal nachher Mexiko gibt. Vielen Dank.